Hallo und herzlich willkommen zurück zu Katie Raine. Wir befinden uns jetzt in Tag 2 und wie beim letzten Mal schon gesagt, mir fehlt dieser Notiz auf, dass Katies Zimmerkameradin uns hinterlassen hat, hat sie ja gesagt, dass sie das machen will. Hi Kat, fühle free to use my computer while I'm away. My password is Angellove, without the quotes. If you call my friend Dave at 555-2492, he can set you up with some software. I'll be back in a few hours, super psyched about the investigation. E. P.S. No gum on the keyboard, please. Remember the last time? Oh, please, like she actually uses a space bar. Oh, okay. Okay, looks like she forgot to write down the username. Oh, well, shouldn't be too hard to guess. I think it's just some combination of her first and last name. Okay, Hacker Dave haben wir jetzt neu. Den rufen wir gleich mal an, aber ich will erst mal den Computer versuchen zu benutzen. I'm no geek, but I know how to use one. Ja, das kennen wir schon. A computer, that is. Aus Sicherheitsgründen nach vier fehlgeschlagen. Ja, klasse. Und wir müssen es selber eingeben. Ach. Das finde ich jetzt nicht so gut. Wir wissen jetzt das Passwort, aber den Benutzernamen nicht und wenn es nach vier Dingern fehlgeschlagen wird. Naja, gut. Rufen wir mal Hacker Dave an. Ja? Hey, I'm Kathy. Eileen said to call you about some software. Ellie who? Eileen. Red hair, glasses, speak so fast her gums ache. Oh, right. I thought her name was Errol. Figured it was kind of a weird name for a girl. You must have a hearing disorder. You must have a thinking disorder. Ha 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 ha, burn. Wow, just wow. So, uh, the software? Oh, yeah. No, can't. Not really. Ugh, I knew she was full of shit. Nah, I mean, sure, I used to be able to get pirated software, but not anymore. There was this misunderstanding and my network privileges were revoked. Me and Clyde, the campus IT guy, don't really see eye to eye. We used to play bocce together and let's just say he is one sore loser. Okay, und, uh, fast hören. Can't you just patch things up with the guy? No way, he's such an ass. He even thinks TNG is better than the original series. He thinks the what is better than the what? Ist sie ja auch. Can you believe that guy? TNG ist natürlich um einiges besser als die Original-Serie. Also, bitte, ich hab die angeschaut und die Original-Serie ist sowas von trashig, während die, äh, TNG doch um einiges besser ist. Wobei, erste, zweite Staffel kann man auch, äh, über die Szene mal hinweg, aber es wird immer besser werden. Mmh. Can't you just hack your way back in somehow? Isn't that what you do? You blocked the Ethernet port in my room. I don't even have physical access. Don't you ever leave your room? Use a computer in the library or something. Aren't they connected to the network? No, there are cameras in there. Clyde is just waiting for me to make a move so he can get me expelled. You call yourself a hacker? Just use your brain, for Christ's sake. Let's figure this out. Wow, you're so sassy, Nancy Drew. Well, okay, only an admin account can change the access port. The only way to even theoretically crack one would be if Clyde logged onto a machine through which we have unrestricted physical access. And, oh, I got an idea. I'm not gonna like this. Well, what you could do is intentionally crash your PC. That sounds especially stupid. Well, not crash it, crash it. Just crash it a little, then call Clyde. Clyde will come over to fix it. If you're lucky, then he'll log onto the network using his admin account. Afterwards, you can use some of my tools to find and crack the password locally. Worth a shot, I guess. Okay, you can come over and set it up. No way. I have severe IBS, it just wouldn't work. IBS? What the hell is that? Uh, you seriously don't want to know. I'll let my buddy drop off everything you need. It's not rocket science. You do what I ask, and I'll give you some juicy software. Winpro-woah. Whatever, weirdo. We'll see. A thick white envelope. There was a floppy disk in there with a note taped to the back. One, boot your computer using the blue floppy. Two, use the corrupt MBR utility to crash the file system of the computer. Take the floppy out and reboot. Three, call Clyde at 555-8181. Tell him your computer crashed and give him the error code on the screen. He'll come over and have a look. It shouldn't take too long for him to fix. Four, now comes the crucial part. You need to somehow make him log on with his admin account. Five, reboot and retrieve the admin credentials using the blue floppy. Six, reboot and log on using Clyde's admin account. Seven, look for some kind of tool to remotely open my Ethernet port. Dorm B, room 8. That's it. And remember, if you mess up somewhere, just call Clyde, and he'll have to take care of it. It's his job, after all. Okay. Sollten wir vielleicht erstmal versuchen, uns einzuloggen. Äh, wie war das nochmal? Hi Cat, feel free to use my computer while I'm away. My password is angel love, without the quotes. If you call my friend Dave at 555-2492, he can set you up with some socks. Super step, miss. Bla 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 bla, kennen wir alles schon. Äh, was haben wir sonst noch alles dabei? Haben wir... Ah ne, da ist das andere Zeug. Alles klar. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der Benutzername tatsächlich Errol war, wie er, wie der Dings am Telefon sie genannt hat. Könnte ich mir gut vorstellen. Oder aus diesem zweiten Namen, den sie hat. Errol, Engel, Lieber. War klar. Und Aileen gilt wahrscheinlich auch nicht. Wie war ihr zweiter Name? Den hat man, glaube ich, auf dem Koffer gefunden gehabt, richtig? Aileen's girly suitcase. There's a sticker on it with her full name. Aileen Mildred Summers. Mildred. Ob das der Name vielleicht ist? Hm. Mildred. Oh, das scheint noch drin zu stehen. Ich kipp's aber nochmal neu ein. Geht auch nicht. Was hat sie gemeint? Ein Zwischending zwischen Aileen und Mildred? Ich hab keine Ahnung. Wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wie man da drauf kommen sollte. Vielleicht kriegen wir da noch irgendwo, ähm, kriegen wir da noch irgendwelche Hinweise da drauf. Na gut, jetzt machen wir erstmal, ähm, das hier. Ah, okay, dann Festplatten MBR beschädigen. Gut, dann rufen wir doch gleich mal an. Hat die Diskette jetzt wieder mit? Jawohl, perfekt. Dann rufen wir doch mal Gleit an. Und vielleicht kann der uns auch mit dem Passwort helfen. Deswegen, dass er sich, äh, in die Adminrechte einhacken muss, um uns das Passwort, äh, den Benutzernamen richtig zu sagen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Hi, T, this is Clyde speaking. How can I help you? Hi, I need you to come and fix my roommate's computer. What seems to be the problem? It won't start up. There's some kind of system failure with an error code on the screen. Probably a hard drive failure. Which room are you in? Dorm A, room 5. I'll be there in a few minutes. Thanks. So, dann war das das erste Teil. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich hätte vielleicht das Ding doch nochmal durchlesen sollen. Hi, come in. Ich hätte vielleicht doch nochmal durchlesen sollen. Ich glaube, ich habe es vergessen. My, oh my. Now, how did this happen? I have no idea. It was like this when I started it up this morning. Hmm. Let's have a look. So, jetzt müssen wir uns dieses Ding, glaube ich. Ich kann hier nichts machen. Ja, das ging nicht. Da hätte ich wahrscheinlich jetzt irgendwas machen noch müssen. Ähm, ja. Shit. I have to come up with a way to force him to log on. Ja, genau. Der sollte sich ja anmelden. 1. Boot your Compute 2. Ja. Use the corrupt MBR 3. Call Clyde at 555814. Now comes the crucial part. You need 5. Reboot and retrieve the admin credentials using the blue floppy. 6. Reboot and log 7. That's it. Ja, okay. Probieren wir mal eine Sache. Ich kann mich ja nicht richtig anmelden. Fragen wir erstmal. Vielleicht ist es. Fragen wir erstmal nach dem Benutzernamen. IT, das ist... Ich, äh, kind of forgot my username. Well, it's really easy. It's the first letter of your first name, followed by your last name. So, Jane Doe would be J-Doe. Alright, sounds easy enough. Mit Punkt dazwischen? Ach, verdammt. Ah, ja. Okay. Alles klar. So. Nehmen wir das auch noch? Ach so. Ich höre, du und Dave hatten eine Art Kampf. Das ist wirklich nichts von deinem Business. Never mind. Serious. Wie bringen wir ihn dazu, sich da anzumelden? Schauen wir jetzt erstmal hier rein. Ich hoffe, das Ding ist jetzt nicht irgendwie kaputt. Also, E. Verdammt. Wie heißt sie? Eileen Mildred. Vielleicht müssen wir uns auch hier mehrmals falsch machen, damit wir nicht mehr ins Passwort reinkommen, damit es gesperrt ist. Das wäre auch eine Möglichkeit. Warten wir mal, sollen wir es mal ausprobieren? Ich glaube, das könnte ich mal ausprobieren. Dann müsste er wahrscheinlich wieder vorbeikommen. Und sich mir den Passwort anmelden. Äh, vielleicht schon. E. Summers. Aber falsches Passwort. Account gesperrt. Genau. Jetzt müssen wir uns doch wieder an Dings melden. Der muss jetzt bestimmt vorbeikommen und das Ding entsperren. Mit seinem Admin-Passwort, richtig? Mit seinem Admin-Passwort, richtig? Hi, T, this is Clyde speaking. How can I help you? My account was locked. I accidentally typed the wrong password a few times. Username? E. Summers. One moment. Okay, I've unlocked your account. The password is the same as before. If you no longer remember your password, you'll have to come here and show your ID, to change it. Oh, that won't be necessary, thanks. Ach, so viel zum Thema. Da muss er herkommen. Das kann er alles so machen. Na gut. Na gut. Ich sag mal, jetzt geben wir mal das richtige Passwort ein. So. Das Kette leer. Das Kettenlaufwerk ist leer. Das leerer Scanner. Da können wir also Sachen einscannen. Sonst können wir nichts machen. Wir könnten dieses, ähm, dieses Bild, können wir das vielleicht einscannen? Ich dachte eher, dieses Bild ist überbelichteter. Ich sehe nicht, wie diese Dinge funktionieren. Äh, hat das das falsch gemacht? Scanner. Ja, dann habe ich doch recht gehabt, dieses Teil hier. Das Bild. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich eine Diskretung, auf der wir das machen müssen. Aber wir haben, ja, die andere, die will ich nicht überschreiben. Naja, gut. Neh, mal das Bild wieder an uns. Ah, was machen wir denn jetzt? Rufen wir den Dings nochmal an. Hacker Dave. Vielleicht kann der uns noch einen Tipp geben. Wie, äh, gleich sich anmelden könnte mit Admin. Mit seinen Admin-Dings. Ja. Hey, it's me again, Kathy. I'm not... Äh, can't talk right now. In the middle of the game. Douche. Hm. Wenn wir kein Netz-Zugriff hätten. Aber da können wir nichts machen. Poster, Poster, Bett, Telefon, Scanner, Drucker, Computer. Colorprinter. Super fancy, apparently. Ah, ja. Und für das Bild, jetzt weiß ich, jetzt brauchen wir die Software. Und dann können wir das Ding bearbeiten und ausdrucken. Ja, okay. Wir müssen jetzt nur versuchen, dass er sich irgendwie an den Computer setzt und sich das Admin-Passwort eingibt. Die Frage ist jetzt nur, wie schaffen wir das, dass er das macht? Ich könnte natürlich die Diskette nochmal machen, ihn nochmal anrufen, ihn nochmal kommen lassen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber dann sagt er sich ja, nochmal einloggen. Ich hab die Idee. Ich hab die Idee. Ganz einfach. Wir machen das genauso und geben fünfmal das falsche Passwort ein. Dann ist er ja hier und kann das nicht entsperren. Dann muss er sich da anmelden. Sollen wir das nochmal probieren? Ich weiß, das ist, äh, wir haben 19 Minuten schon, aber das würde ich gerne ausprobieren. Das ist doch die Idee. Das klappt bestimmt. Okay, das ging automatisch. Das ist ja schon mal ganz gut. So. Eins, zwei. So, geht nicht. Ah, es hat geklappt. Okay, alles scheint sich in Ordnung zu sein. Ich hab deine Account geöffnet. Bitte, versuch nicht, dass nichts anderes brechen. Oh, ich versuch. Phase zwei, aber ich denke, Phase zwei machen wir beim nächsten Mal. Das ging jetzt doch schneller, als ich gedacht hab, da wir nicht mehr anrufen mussten und erklären mussten. Das ist echt gut gemacht. So, dann schauen wir mal in der nächsten Folge, ähm, wie es weitergeht. Dass wir dieses Admin-Passwort rausbekommen. Gut. Ja, nicht schlecht. Eine Folge nur in diesem Zimmer verbracht. Auch nicht schlecht, oder? Aber, ja, gut. Finde ich auch nicht mal schlecht, wenn das so funktioniert. Und es hat ja funktioniert. Finde ich es sogar ziemlich gut. Dann sag ich mal, bis zur nächsten Folge. Warte mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020